Unterricht kann so spannend sein. Heute besucht die 3. Klasse der Grundschule Astrid-Lindgren-Straße aus der Messestadt die Geothermieanlage Rehm. Diese, das erfahren die Kids als erstes, ging bereits 2004 in Betrieb und ist somit die erste SWM-Geothermieanlage in München. Hier wird mit über 90 Grad heißem Wasser aus fast 3000 Metern Tiefe der Wärmebedarf der Messestadt zum größten Teil gedeckt. Die Wärme aus dem Erdinneren ist ein wichtiger Baustein in der Ausbau-Offensive Erneuerbare Energien der Stadtwerke München. Insgesamt ist der Geothermieausbau natürlich ein Teil des Ausbaus der Erneuerbaren. Der war schon immer sehr, sehr wichtig und jetzt natürlich aufgrund der Situation der steigenden Gaspreise wird es immer wichtiger, auch aufgrund der von uns natürlich gewünschten Energieunabhängigkeit. Und da ist der Geothermieausbau deswegen auch für uns in München so stark, weil wir auf einem geothermischen Schatz sitzen und den bestmöglich zu nützen. Das macht aus einer Vielzahl von Gründen Sinn. Vom Klimaschutz, die Energieunabhängigkeit habe ich angesprochen, aber natürlich ist es schlicht und ergreifend auch sinnvoll und es ist auch günstig. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden ist heute ebenfalls zu Besuch. Und die Drittklässler dürfen der grünen Politikerin jede Menge Fragen stellen. Äußerst engagiert gehen sie zur Sache. Und die Bürgermeisterin staunt nicht schlecht, wie gut die Kurzen schon über Klimaschutz und Energiethemen Bescheid wissen. Und den Kids gefällt's. Gut, weil es ist sehr cool mit einer Bürgermeisterin zu sein. Und es hat Spaß gemacht. Wie der Bau, wie die Ladesäulen gebaut werden und wie die das in Anspruch nehmen. Ich finde es einfach schön, dass man mit der Klasse einen Ausdruck macht. So lernt man sich auch noch besser kennen. Man lernt sehr viel, finde ich. Das waren ganz spannende Fragen, die die Kinder hatten. Die waren ganz technisch zum Teil und da konnte ich dann auch nicht alles erklären. Aber es waren auch so ganz grundsätzliche Fragen, die, glaube ich, kleine wie größere Kinder umtreiben, beziehungsweise die jüngere Generation. Warum kommen wir beispielsweise beim Klimaschutz nicht so wirklich voran? Und da haben wir interessante Debatten geführt über unsere Mobilität, über unsere Ernährung, überhaupt über unsere Gewohnheiten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Besichtigung der Geothermieanlage in Riem ist besonders für Schulklassen ab der dritten Jahrgangsstufe geeignet. Nach einer theoretischen Einführung erfolgt ein Rundgang durch die Anlage mit unterschiedlichen Haltepunkten. Man sieht unter anderem die Bohrungen, den Wärmetauscher, die Wasseraufbereitung und vieles mehr. Am Ende haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, warum die Erdwärmenutzung absolut klimaschonend und nur ein sehr kleiner Eingriff ins Ökosystem ist. Das warme Wasser wird zu kaltem Wasser umgewandelt. Wir nehmen nur die Wärme und geben es den Haushalten hier in Riem. Heiß ist der Mahlwasser für umweltfreundliche Wärme. Und südlich von München, wo die Temperaturen noch höher sind, gewinnen die SWM sogar noch zusätzlich Strom.